so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke thomas ist am start hallo thomas hallo mama mama ist auch da die hat jetzt auch die fresse gedacht oder deswegen ja die gucken gerade restling und wie immer wenn restling kommt kommt ein neues event das ist sehr schön wir waren gerade am möbel raustragen jetzt guck mal restling nach dem restling müssen wir weiter möbel raustragen die machen gerade pause ich nicht muss schon wieder arbeiten zwischen meiner naja ihr wisst ja wie es ist und das ist hier das frühlings event und das wollen wir kurz mal ankündigen wir sehen hier nämlich ein neues pokémon was total lustig aussieht ich nicht weiß was es ist mich jetzt belese damit ich auch weiß was es ist und was es hier neues gibt diesen frühling erwarten euch pokémon mit kirschblüten und vieles mehr ihr hört vielleicht restling im hintergrund lasst euch davon nicht irritieren sehr schönes bild auf jeden fall trainer sind das etwa kirschblüten blumengrenze und jede menge pokémon eier das kann nur eines bedeuten der frühling naht diesen frühling erscheint bundle bie zum ersten mal in pokémon go kennst du das thomas das klingt aber hier wie das ding von transformers bammel 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 bie ja aber bammel bie ist ja von wommel stehe ich nicht warum tun die denn hier bundle bie oben extra hinschreiben wenn eigentlich ja wommel erscheint und man das andere naja egal außerdem erwarten euch pokémon mit blumen outfits und vieles mehr hüpft in den frühling vom dienstag den 4 april wo ich meine vorladung habe 10 uhr wann habe ich die ich glaube auch 10 uhr die haben sich mit der jentik abgesprochen dienstag 4 april 10 uhr bis montag 10 april 20 uhr pokémon debüts die hummelfliege pokémon wommel und bundle bie die entwicklung von wommel erscheinen zum ersten mal in pokémon go das ist wommel das ist bundle bie hier sind so gänsefüßchen dran neue kostümierte pokémon erscheinen während des events pichu mit kirschblüten pikachu mit kirschblüten reichu mit kirschblüten was man halt entwickeln muss ja genau also ihr könnt pikachu fangen müsst aber reichu entwickeln dann eboli mit kirschblüten aquana blitzer flammar abs jana nachtara folie purba glaciola felinare auch alles mit kirschblüten die entwicklungen könnt ihr also nicht fangen mit kirschblüten die könnt ihr aber aus einem shiny eboli mit kirschblüten entwickeln oder eben aus einem normalen eboli mit kirschblüten wir haben die ganzen dinger schon mal mit blumenkränzen gehabt jetzt kriegt ihr die alle statt mit blumenkränzen noch mal mit kirschblüten es wird immer verrückter aber die sammler freuen sich natürlich pikachu eboli gibt es ja also dann wild pichu nur aus eiern wird also wieder ans brüten gehen wird wieder teuer aber wir haben ein paar ziele außerdem event boni doppelte schlüpfe bonbons während des events aktivierte glückseier halten eine stunde lang an das heißt für die raid mania muss ihn nur noch ein ei zünden statt zwei und spar damit ein ei eier die während des events in eine brutmaschine gelegt werden schlüpfen doppelt so schnell das heißt ihr müsst doppelt so viele brutmaschinen kaufen wie sonst weil die schneller verbraucht sind und ihr direkt wieder nachkaufen müsst also doppelt so viel umsatz für niente wilde pokemon pikachu mit kirschblüten neu wird ein ziel sein pummelhoff shiny eboli mit kirschblüten janse familie voll merrill flurmel haspirom mit blumenkranz wer es noch nicht hat gobble und wommel 100er wommel level 50 wäre auch so ein ziel mit etwas glück begegnet er sogar folgenden pokemon shanera mit blumenkranz und togetick mit blumenkranz togetick kriegt ja sowieso einen z-day hat jetzt dann aber direkt davor event nochmal wo es häufiger spawnen und scheinlich sein kann also naja das pokemon ist halt sowieso gefühlt etwas entwertet mittlerweile wer noch blumenkränze braucht kann hier zuschlagen ansonsten wer alles hat konzentriert euch auf die kirschblüten raid camp für stufe 1 pikachu mit kirschblüten würde ich nicht machen gibt es ja wild pummelhoff würde ich nicht machen gibt es ja wild eboli wommel würde ich nicht machen gibt es ja wild raid camp für stufe 3 shanera togetick würde ich nicht machen gibt es ja wild alola kokowai wer noch kein shiny hat könnte oder kokowai normal alola kokowai kokowai die waren mal cool am anfang aber mittlerweile braucht man die eigentlich auch nicht mehr ansonsten haben wir in den fünfern weiterhin lugia und im mega raid mega schlapp oder mega schlapp oder ist jetzt auch nicht so der bringer lugia irgendwie noch am interessantesten aber ist ja sowieso zwei wochen da müsste man nicht unbedingt während des events raiden eier und jetzt wird sehr interessant und das finde ich gut diesmal nicht sieben kilometer eier da ist nämlich immer schwer ranzukommen da braucht ihr erstmal freunde die geschenke schicken und dann könnt ihr nur bestimmte anzahl von geschenken öffnen und dann ist das alles begrenzt nein zwei kilometer eier das heißt ihr könnt am tag unendlich viele zwei kilometer eier ausbrüten was natürlich ins geld geht aber ihr könnt evolis schlüpfen togepis schlüpfen azuril vonera owei wommel pichu riolu jetzt habe ich es in der falschen reihenfolge vorgelesen ich habe immer noch kein 100er riolu shiny riolu ist immer noch sehr wertvoll und richtig genial wer jetzt also auf der suche nach einem pichu ist mit kirschblüten weil das neu als shiny da ist hat gleichzeitig auch die jetzt sehe ich erstmal hier was ist denn das hier ist ein bild von mamfaxo mit shiny symbol dran und unten drunter steht owei gibt es jetzt also aus dem zwei kilometer ei mamfaxo shiny oder gibt es owei du sagst owei ja das wäre aber viel cooler gewesen wenn man brüten kann auf das pichu mit kirschblüten auf das shiny riolu und auch auf das shiny mamfaxo oder in die leute gesagt da lohnt es sich endlich mal wieder zu brüten gerade auch vonera mit blumenkranz oder togepi mit blumenkranz kostümierte babys immer eine seltenheit immer nur während der events erhältlich trotzdem riolu highlight pichu mit kirschblüten die zwei da werde ich drauf gehen noch ein paar shiny riolus vielleicht abgrasen vielleicht ein hunderter riolo xl riolo bonbons sammeln und pichu mit kirschblüten shiny muss auf jeden fall kommen das darf ich mir nicht entgehen lassen pokémon bei feldforschungen auch pikachu chanera eboli togetik also alles was ich auch trotzdem wild fangen können es wird wieder sammler herausforderungen geben bei denen ihr ep staub und ein glücksei erhalten neue avatar artikel ein vonera hoodie der eigentlich recht cool aussieht muss ich sagen vor allem generell das bild sieht cool aus so dieses rosa design die zwei stehen da das ist sehr chillig wird sich der thomas wahrscheinlich zulegen der ist riesiger vonera fan habe ich gehört und ja ich nicht ich muss brüten da habe ich kein geld für irgendwelche vonera hoodies was in eure ziele freut ihr euch auf das frühlings event wie gesagt riolo shiny pikachu mit kirschblüten pichu mit kirschblüten shiny aus den eiern raiden werde ich weiter lugia für xl bonbons und in der wildnis konzentriere ich mich auf pikachu und eboli dass ich da die shinies und familien voll krieg plus wommel bonbons und vielleicht eventuell hin hunderter bietet also trotzdem viel neues aber auch viel naja haarsträubendes wenn man wieder versuchen will alle eboli dinger in shiny und entwicklungen mit grenzen und du siehst kaum im unterschied zu den frühlings dingern aber egal schreibt eure meinung unten rein thomas wie findest du das event genau wenn ihr das verstanden hat schreibt es mir in die kommentare und gibt mir alle eure riolo dass ich endlich das 100er kriegt bis dahin peace out vorhaut euer ramses riolo zu tauschen ist kein spezialtausch und kann man auch wenn man schon getauscht hat denkt dran bis dahin peace out